Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin einfach immer da für mich, hilft mir durch alle meine grausamen Beziehungen Ich erzähl euch jetzt was, das könnt ihr noch nicht wissen, weil ihr die Welt noch nicht versteht Aber wenn ihr erst so alt seid wie ich, dann versteht ihr, es geht doch wirklich immer nur ums Geld machen Der, der mal gesagt hat, sei einfach nur du selbst, hat noch nie jemand wie Ronnie getroffen Dein Ronnie scheint ein cooler Typ zu sein Echt jetzt? Nein, äh, ich weiß nicht, ich hab ihn ja gerade erst kennengelernt Was ist? Eine Nachricht, dass die Bullen gleich hier sind Hattest du schon Sex? Ganz ehrlich? Nein, lüg mich an Noch nicht Hast du es schon getan? Unerlaubte Frage Wir beide können hier noch ein bisschen liegen Steh auf Schatz, es ist fast elf Ja, okay, ich bin gleich da Und was jetzt? Du springst runter Oh Ist alles in Ordnung? Ja Ja Bitte hab keinen Sex mit Ronnie Und dann so ein, willst du deine Unschuld verlieren? Unschuld ist nichts Besonderes Kein Schatz, den ich hüten soll Bis eines Tages der eine oder richtige Partner vorbeischwürt Denn es gibt keinen Perfekten dafür Ich weiß, dass Ronnie sauber ist, denn ich hab eine Kopie seines Tests Und welche bin ich? Die Schlampe oder die Jungfrau? Ich hab noch nie jemanden wie dich getroffen Eine ziemlich gute Antwort Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen Wie weit denn? Bis Freitag?